Hallo, hier ist der Peter und ich spiele dir zu meinem Gitarrenbuch, das CD-Beispiel 13, vor. Das ist ein Stück im Dreiviertakt. Das heißt also, ich greife den D-Griff und spiele 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und... Und jetzt zum A-Griff und zum G-Griff und wieder D. 1, 2 und 3 und 1, 2 und 3 und mal auf Kinteier. Oh, Mist rolling in from the sea, my desire is always to be here, oh, mal auf Kinteier. Oh, Mist rolling in from the sea, my desire is to be here, oh, mal auf Kinteier.